Buenas noches Kameraden und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearts of Iron 4 mit den drei Staaten, die sind wieder am Start mit dem selben Scheiß. Denken wir es jetzt einfach mal so. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Jojo und Thomas prügeln sich ein bisschen hier mit Deutschland und ich mache ein bisschen mit Venezuela, die Hölle heiß oder so. Ich sitze hier beim Liegestuhl. Achso, ja, dann macht Thomas halt Party. Ich auch nicht. Ich sitze hier im Liegestuhl. Thomas muss seine ganzen Staatskrümel zusammensuchen. Ja, ich habe fast in Indien, da habe ich festgestellt, eine ganz kleine Mini-Ecke. Hinten in Indien oder am Rand. Das ist so komisch einfach nur, ich check das nicht. Nee, ich auch nicht. Oh Mann. So, mal sehen wie es vorangeht, ne? Hm. Hab ich das jetzt eingenommen? Weiß ich nicht. Chief-Chief-Chief. Könnte ich da jetzt rein theoretisch reingehen oder nicht? Weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich werde das mal schnell hier. Der Motor ist jetzt immer auch fertig, sehr schön. 39 haben wir noch. Schaut die Forschung aus? Jawohl, meine Fernmelde-Kompanien. Kann ich die dann schon upgraden auf die Zweier? Was ist das? Feldlazarette. Oh. Feldlazarette immer gut. Auf geht's, Panzer. Nur die Deutschen lassen von Luxemburg ab. Die haben da aufgegeben. Loser. Loser. Was? Okay, jetzt geht's ja weiter. Ich dachte schon, ihr Loser. Die ganzen Loser. Jetzt haben sie wieder aufgehört. Jetzt geht's wieder weiter. Alles klar. Alter, guck mal, wie viele da oben an der Nordsee sind. Johannes. Hä? Guck mal, wie viele an der Nordsee sind. Ja, ich sehe schon. Um Dinger rum. Um Wilhelmshaven, Bremen, Hamburg. Nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal rausfinden, wo meine Panzer sind. Ich lasse meine U-Boote ausfahren. Auch in Florida, so. Bearbeiten. Ich weiß nicht, was mache ich denn jetzt? Hm. Ich habe jetzt eigentlich den Anspruch hier darauf. Was heißt Anspruch? Ich weiß es nicht. Das soll mir Wurst sein. Aber super, ich habe schon wieder so viele... Doch nicht alles, du Trottel. Nicht alles, habe ich dir gesagt. Nur eins. Nee, man, nur 50. Nur 50. Ich muss mal das Ding, meine... Vielleicht die ganzen strategischen Bomber hier raushauen. Aber stimmt, die Ding, die Transportflugzeuge, muss ich da reinhauen, wegen den Fallschirmjärgern. Also, es kommen die nicht weiter. Ja, gut. Jetzt denken sie sich auch, hä, was? Wie soll ich da hingehen? Was soll das? Nein. Marine Flieger. Hehehe. Ja, hehehe. Verbessert das Maschinenwerkzeuge. Das ist auch gut. Ja. Das dauert alles so lange. Wir haben es bald 40, okay, dann warte ich noch kurz. Oh Gott, das ist ja ewig. Äh, muss ich die elektrische Rechenmaschine, muss ich endlich durchkriegen, ey. Das war der Scheiß. Weil ich ja nicht sozialistische Wissenschaft... Deutschland ist aber extrem ruhig, irgendwie. England macht Venezuela übelst nieder, ey, guckt mal an. Oh. Oh, Alter, Wurz, die haben die jetzt den komplett geteilt. Ja. Die haben ja Ends geteilt, ey, da. Na, Mann. Und Deutschland fällt jetzt in Holland ein. Ja. Ich find's lustig, obwohl Britannien und so am Start ist. Naja, da ist ja sicher, wenn du zu Interquest umdrehen, die Penner. Das ist grad so das Problem. Oh. Belgen ist auch bald nieder. Alter, ich will nicht so eine scheiß lange Grenze haben. Das kommt denn überhaupt nicht gut. Ey, Flugzeugträger, es gehen ab, Alter. Ey, yo. Ey, yo. Du Trottel. Du Trottel. Ah, jetzt sagt. Okay, man sieht sich wieder. Alter, du sprach. Ey, der Kass aus jetzt. Kann ich die für Flugzeugträger jetzt auswählen? Oh, wenn der Kass auswählen. Oh, wenn der Kassler wird zurückschlagen, weil die Verbündeten von China und so auch dabei haben. Die Wichser. Alles klar. Hm, und Ungarn macht auch noch mit. Na. Was? Ungarn in dir was? Wie kommen die denn da hin? Das geht da ab, ey. Die Nerven da auch voll. Oh, Mexiko schlägt anscheinend wieder zurück. Läuft. Was? Was? Ja, wohl, jetzt haben wir 40, sehr schön. Jetzt kann ich anfangen. Wie meinen wir jetzt waren nicht. Avenger. All das haben wir gleich auf Stinkträger gestützt. Max, hast du schon mal ausprobiert, wie man von Trägern Flugzeuge starten kann? Nein, habe ich nicht. Nein, der Gummi aus Niederlande. Warum hast du denn kein Gummi von mir? Hohlig. Ich helfe mir. Nixenbog hat kapituliert. Das ist aber sehr scheiße, oder? Wenn ich so eine Arschlange und Grenze habe. Der blöde Hund. Ha. Jetzt geht's. Steigt auf. Der steigt auf. Auf, auf in die Lüfte. Torero. Verdammt. Ganz oft. Läuft. Auf, auf. Hui. Oder so. Oder so. Luftstützpunkt ist überfüllt. Äh, ja, ich sollte mal... Ich beordere mal mein Ding wieder zurück in den Hafen. Ich habe irgendwie knapp 130 Flugzeuge auf meinem Flugzeugträger, obwohl ich nur 45 Plätze habe. Halt dein Schnauze jetzt. Was? Japanische Diplomaten in Berlin. Neul. Halt doch dein Maul. Alles klar. Wir machen. Blöder Penner, ey. Was soll denn das? Bin ich. Versuchst du Streit, oder was? Versuchst du Streit? Vielleicht was aus dem Maul. Oh, ja. Das sieht gut aus. Ach so, das sind britische Flugzeuge, wo bei mir wieder rumfliegen. Und schon sagen. Kerl, was fliegt denn da oben? Ja, was fliegt denn da? Alter, bei Deutschland ist immer voll die Party, ey. Marmort. Boah. Jetzt habe ich nur ewig lange Scheißgrenze. Das ist jetzt Mist. Das ist jetzt Mist. Wie kann ich weniger auswählen? War das mit Shift? Steuerung? Nein. Ah, jetzt sei ja. 2, 3. Nein, wie kann ich das Luftgeschwader aufteilen? Ah, jetzt. Dann verziehen die sich nach Murmansk. Raus mit euch. Jawohl, 35. Und jetzt kann ich noch... 10. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Bub. Und 1, 2, 3, 4, 5. Bub. Du schmeißt den Müll. Die bezieht aus der Reserve. Und dann geht er wieder in den Einsatz. Will der Kack-Noob. Noob. Das meint er einfach. Jawohl, 8 Fallschirm-Divisionen habe ich schon. Na, schau mal einen an hier. Der Putzel-Move. Putzel-Move. Irgendwie raff ich gerade gar nichts oder so. Warum was denn? Oh Gott, hast du eine lange Grenze, Alter. Vor allem, die stehen alle bei dir. Ja. Das ist es ja auch. Oh, bei mir sind sie auch schon. Bei mir sind sie auch schon. Was sind das für Panzer? Wie gesagt, ich hätte doch mehr ausbilden sollen. Panzer 4 stehen bei mir hier. Also, jetzt wird es scheiße. Könnt ihr irgendwie so, keine Ahnung, äh... Max hier? So, man... Na, okay, hier ein paar Jahre wird wahrscheinlich auch bald ausrasten. Hm. Bei mir stehen mal richtig viele. Es nervt. Ja. Oh, bei dir stehen auch nicht wenig. Nein. Bei dir sind auch welche auswählen zu Elah, ne? Hm. Aber bei dir sind nicht so viele. Bei dir sind alles immer eins. Naja, das geht dann noch, äh... Aber die haben auch starke Einheiten. Hm, das ist das Problem. Weil vor allem hier sehe ich Panzer-Dings da. Ja. Mittlerer Panzer-Typ 1. Wir verlieren. Na, ja. Pff... Na, war Deutschland nicht irgendwie auch was anderes dann später noch? Ich dachte, die haben erst Norwegen und Dänemark eingenommen. Habe ich auch erst. Dann Jugoslawien, Ungarn, Rumänien. Na, habe ich auch gedacht. Kai, das ganze Zeug da unten, Griechenland. Hm. Das seltsam. Hm. Seid ihr? Seid ihr bereit? Teamarbeit. Ladies and Gentlemen. Ja, die sind bereit. Was ist denn? Ladies and Gentlecars. Mein Ding, äh... Die ziehen wieder ab? Bitte? Die ziehen ab? Safe schichten die nur wieder um. Ja, bestimmt. Äh, okay, jetzt sind alle wieder weg. Ja, bei dir auch, ja. Nee. Nee. Boah, bei mir ist jetzt fast gar keiner mehr. Ich blöd finde gerade, dass das, was ich ja im Venezuela einnehme, unter England läuft. Nee, aber England halt der, 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 der... Der Haupt-Wrench ist. Der Haupt-Tipp ist. Was willst du mit Venezuela? Ah, haben. Ja. Das haben. Ja. Der Unschied zwischen dem, was man hat, mit dem, was man nicht hat. Er ist dann groß. Ja. Ausgewählte Schiffe. Welche können da nicht rein? Können da die... Doch, doch, hoffel, k- auf da, pfff, pfff, pfff. Äh, pfff, äh. Gibt es jetzt bloß einen Infanterie-Typen? Äh, äh, Ding, so einen Marine-Typen. WTF? Geh doch jetzt weg! Nee, geh weg. Alle Zerstörer! Hallo? Der mittlerweile schon 1940. Okay, jetzt können die da durch. Also da bei dir noch ganz viele stehen und bei mir ganz wenig, vermute ich, dass es bei dir bald losgeht. Ah, ja. Bei dir rücken sie nicht ab. Alle Flugzeugträger. Jetzt ist ja der Flugzeugträger alleine. Select. Ja, der Flugzeugträger kann weiterfahren. Ich, äh, postier mal den Flugzeugträger, äh, vor Europa. Wir sind in Europa. Ja, da, du weißt schon, ja, da. Alle Zerstörer. Okay, die U-Boote können anscheinend da nicht vorbeifahren. Ja, dann bleiben die halt hier. Nö, bleiben sie. Dann nix weiter, nö. Okay. Okay. Es ist der Flugzeugträger, äh, Fluss-Sky-Fleet, ja. Ja. Was? Lügt nicht. Ist doch schon wieder. Oh, jetzt bin ich gespannt, was gleich passiert. Ja, da habe ich alles. Aber wie ist die Zeit gestoppt, kann mir das mal einer verraten? Äh, weil Thomas wieder hinterherhängt. Aus irgendwem... Ich habe keine Ahnung, aus welchem Grund. Ja. Neus. Du willst gerne den einen Tag noch rumbringen. Den einen Tag schaffen wir noch. Äh, Thomas, hast du die Zeit im Blick? 20 Minuten, ja. Was? Ja, ist richtig gut, 20 Minuten haben wir. Haben wir schon. Ja. Oh, schade. Tja, meine lieben Freunde, das war's mal wieder. Für diese Folge. Es wird immer spannender. Was passiert? Was macht Deutschland? Was lässt der Mann mit dem Bart sich noch einfallen? Ja, Mann. Das sehen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's wieder gefallen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss und auf Wiedersehen. Genau. Tschüssi.